also ja was ich gerade sagen würde jetzt gehen wir zurück zur fähre und fahren mal kurz nach snowden zurück weil wir haben ja von suns noch einen schlüssel bekommen wenn wir jetzt gerade beim schlüssel benutzen sind tralala der wort is very wet today ja wasser ist immer nass heute ist es sehr nass come again sometime tralala werden wir der ist immer noch beim eisblöcke werfen ihr seid immer noch alle happy hey punk what's up achoo papyrus how can you stand is cold i have no skin sorry i don't stand in grimmies instead because i hate greece but you don't have a stomach no but i have standards ja und zwar gibt es hier ein secret it's locked it's locked das ist jetzt echt komisch warum auch immer ich nicht da hinten reinkomme ach so ich bin dämlich ich habe ja den schlüssel zu suns zimmer nicht zu suns geheimraum you unlock the door and enter ja super hier ist alles dunkel und hier ist keine tür nur ein komisches grummeln das immer lauter wird jetzt ist dunkel hey suns have you seen my oh hello you aren't suns wait a second why were you using a treatment in the dark is suns pranking you across time and space i hate it when he does that how major can you get also have you seen my action figures wait i know where to look in my collection nee hee 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 sometimes i'm a genius all the time ja ss it suns dirty sockpile scandalous it appears to be a self-sustaining tornado made of trash ja und papyrus spaghetti it's a warm mattress the sheets sheets are bunched up in a weird greasy ball ja also das is kein kohlkopf das ist einfach bloß die bedwäsche in einem bald zusammengefickled it's an uncovered pillow ja it's a thank you letter it's addressed to center inside the drawer is a silver key you put it on your keychain it's a lamp turn it on yes there's no light bulb a flashlight is stuck in the bulb socket turn it on yes the flashlight is out of batteries clothes and two trombones are shoved in adversely it's a feed mill there's a message attached the truth is that you got owned nerd yeah suns him you unlock the door and entered the room will come in there's a photo album inside the drawer there are photos of suns with a lot of people you don't recognize he looks happy yeah will come in suns geheimraum with a dramatic music you look in the drawer there's some kind of badge blueprints you can't read the symbols they are written in or maybe it's just the handwriting looks like they relate to some kind of strange machine blueprints you can't read the symbols yeah und das hier wird dann die strange machine sein das ist strange machine behalten curtain it seems to be broken ja ich kann euch leider das mysterium zu dieser ganzen sache hier nicht zeigen weil ich irgendwas verkackt habe auf jeden fall hat dieser raum eine ganz besondere bedeutung zu einem sehr großen mysterium von undertale für diejenigen die es interessiert ich versuche irgendwann mal das noch nachzuholen vielleicht dieses mysterium als special folge aber für diejenigen die es jetzt schon interessiert googelt mal nach w.d.gester also w.d.gester oh hey you are leaving soon right don't come here to say goodbye goodbye is under loud in my town just see you later ja gut jetzt nutzen wir mal die zeit um uns hotland nochmal anzugucken talala careful right yes where we will go today hotland then we are off hum 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 I'm having a little concert I'm having a little concert I'm having a little concert a lot of hums come again sometime talala Und die Musik ist weg. Ring, ring. You are at Alpha's lab? Is she there? Hey, tell her I said hi, okay? And tell me how she's doing. And tell me if she needs anything. Great, no, don't ask any of that. Oh, this can we hear you, Alice? Last noise is, is this a note? It's a note from Arthur's, read it? Yeah. It's hard to read because of the handwriting, but you try your best. Hey, thanks for your head back there. You guys, your support really means a lot of me. But as difficult as it is to say this, you guys alone can't magically make my own problems go away. I want to be a better person. I don't want to be afraid anymore. and for that to happen, I have to be able to face my own mistakes. I'm going to start doing that now. I want to be clear. This isn't anyone else's problem but mine. If you don't ever hear from me again, if you want to know the truth, enter the door to the north of this note. You all at least deserve to know what I did. That's all she wrote. Ja, aber bevor wir jetzt uns um die Wahrheit kümmern, Backtracking Time. Gucken wir mal, wo wir was hier noch so finden. Zum Beispiel sind, glaube ich, ein paar Thunderplains aufgetaucht. Ah ja, hier ist schon mal ein Volcanoid. Oh, when you hug me, I feel so spicy. So spicy. Weil wir ja Metatron besiegt hatten, haben wir dieses Gebiet ja auch befriedet. Das heißt, alle Monster sind jetzt ansprechbar. So, sicher ist sicher. Ah, ich will erst mal runter. Das habe ich wieder vergessen. Und ja, wir kommen ja hier jetzt schneller durch, weil die ganzen Metatron-Sachen und die Bossfights nicht mehr sind. Genau, hier ist einer von den Jungs. Wenn ich rechtzeitig auf das Ding komme. Hahaha, secret, secret. I've done up a trouble. I sent a lava on fire. No one will ever know. It's the perfect crime. The lava is so spicy now. Ja. Ich finde es halt nett, noch mal mit allen Reden zu reden. Mit allen Monstern, die wir bekämpft haben. Die dann was zu sagen haben. Was manchmal sogar ganz interessant oder creepy ist. Zum Beispiel Washwar, der Leute aus dem Weg räumen will, weil sie schmutzig sind. So, die beiden sitzen immer auch hier. The way to work is blocked, so I had time to catch whether I don't show my phone. Ja, das kennen wir ja alles bereits. Wow, you stopped it. I'm impressed. You must be a total nerd. Ja, okay. Die haben nichts Neues zu sagen. Ups. Das war auch nicht richtig. Hier drüben dürfte auch nichts Neues sein. Nein, die beiden kennen wir ja schon. Das heißt, wir können hier rüber hopsen. Vorbei an Metatons Kochshow. Vorbei an diesem Ort. So, please select a location. Ride 2 müsste jetzt die nächste Station sein. Ja, sieht richtig aus. I love hot dogs, but the hot dog guy left, even though all of his stuff is still here. Guess he's just too lazy to clean it anyway. Toast die Bahn. Ja. Genau, hier waren wir auch. Und da ist unser erster Thunderplane. Aber ich will mal kurz hier runter gucken. Und ich habe noch mal nachgelesen, wo der Secret Boss Room sein soll. Nämlich irgendwo im Norden. Ja, genau hier. Who knows what lies in the future for Art Club. Ähm. Okay. Ich steckte fest. Nämlich irgendwo lies in the future for Art Club. Ja, das Problem, ich habe, das hier habe ich auch durch den Endboss Kampf verhunzt. Weil eigentlich hätten wir bloß zum Empty-TV-Sort kommen müssen, um das hier zu triggern. Hallo, Thunderplane. Hey, watch where you stand, Jerk. Though, I guess if there is nowhere else, you can stand closer. Standing so spicy. Ja, okay. Weiter geht's. Hier gab's nichts mehr. Also ja, hier sind halt wirklich alles spicy. Hier oben war nichts. So. Jetzt muss ich erstmal wieder das Rätsel hier kurz lösen. Da unten war nichts. Der Safe ist immer noch geschlossen. Jo. Dummi-Dum. Oh, hat noch einer von denen hier. Hahaha. You want to hang out? Hahaha. Sorry, I'm all tied up. Psych. Oh, no one wants to be my friend. I'm too spicy to have any friends. So, hier war die Bomben-Show. Hier dürfte aber auch nichts Neues, Gefährliches oder so mehr sein. Wie hier auch gar kein Tod und so ist. Nope. Hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können hier hoch. Und von L2 aus können wir jetzt nach L3 fahren. So, wir sind bei L3 jetzt eingekommen. Also ganz oben. Sie ist hier weg. So habe ich hier Namen vergessen gehabt. So, wir sind immer noch so teuer. So, gucken wir mal, ob hier noch was ist. Aber hier drin ist. Und hier dürften nur die Jungs aufgetaucht sein. Jo. Die schwärmen alle immer noch von Metatron. Aber hier unten gibt es ja auch noch einen Weg. Und ich glaube, es könnte vielleicht hier jemand noch rumstehen. Ja, genau noch ein Thunderplane. Hey, why do you keep following me, you jerk? You are walking in the opposite direction? Hey, you think you are too good for me, huh? Not spicy enough for you, huh? Gut. Das heißt, wir können hier weiter und müssten jetzt gleich am Ende des Kors ankommen. Ja, hier war ja die Spinnenhöhle. Und ja, Muffet hieß hier. There you are, dearie. You are always welcome in my parlor. Just stay on your best behavior. There you are. You are always welcome in my parlor. Just stay on your best behavior. Ja, tun wir sowieso. Dich kennen wir ja schon. Metatron looked really, really cool in der Tress. It sort of makes me feel like you could wear one too. Jo. Da hoch können wir nicht. Und ich, ja, ich glaube am Ende von hier ist auch noch mal jemand aufgetaucht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jo, hier ist noch ein Volcanoid. Oh, wenn you encourage me, I feel so nice. So spicy. So, hier drüben war nur er. Und da sind wir auch schon durch Hotlands durch. Geht nur durch der Khor. Weil hier kennen wir schon alles. To relaxen the atmosphere of this hotel, it fits you with determination. Dann gucken wir uns jetzt noch den Khor an. As a youth, I would sneak out to play by this creepy flaming pit. Since the Khor is always rearranging, it was like a baby trying to find it. Now it's my special place. It's nice for cooking morals and things like that. As youth. Ja. Kennen wir schon. Gut. Aufzufrauen bin ich. Wir waren bei Metatron to destroy you. Und since you never paid us, we all decided to quit. No hard feelings. Ja, die Schatten. Hier kommen wir durch. Ganz einfach. Hier ist auch jemand. It's taking a nap. It's taking a nap. Ja. Hier können wir auch ganz einfach durchlaufen. Das kennen wir ja bereits alles. Das haben wir gelöst. Da steht auch niemand rum. Hier war nur der leere Mülleimer. Jetzt leer. Das ist ein empty Trashcamp. Oh ja, und ich hab was anderes noch vergessen. Ich muss doch bald zurück nach Waterfall. Ich hab Tem Village vergessen. ... Why do I look like a black saucer and not a knight or a wizard? Well, everyone has an age and they look the best for me. Ja. Das ist erklärt, warum die Gegner hier alle aussehen wie eben schwarze Würste. The core is made of interchangeable rooms. Before you came here, the layout was ordered, so you would get lost and perish. Yes, just for you. Do you feel special? Immer doch. So, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Jetzt gehen wir noch hier hoch. Da war jetzt gerade er hier, genau. Hier ist nichts. Und hier ist noch ein Mülleimer gewesen. Jo. Hier spawnen auch keine Gegner mehr, soweit ich weiß. Nö. Hier haben wir Metaton besiegt. Und hier dürfte auch sonst nichts mehr sein, weil jetzt kommen wir gleich nach New Home. Also zu Eskors Haus und da ist eh nichts mehr. Also ja, also nach Tem Village. Und von Tem Village aus dann in Alphys Labor. Also das können wir das nicht mehr machen. Sobald wir einfach das Labor da den Aufzug, also den einen Raum einmal betreten haben, gibt es kein Zurück mehr. Dann starten wir nämlich das Pacifist Ending. Und von dem gibt es kein Zurück mehr. Und deswegen, da wir eh zurück müssen. So, please select a location. Left one. So, dann schicken wir Temi mal aufs College. Tra la la. Careful, right. Right in the boat. Yes. Where will we go today? Waterfall. Then we are off. Tra la la. Temi Village. The room before the darkening. Genau da wollen wir hin. Come again sometime. Tra la la. So, hier durch. Hier auch durch. Und hier unten lang. Und wusch. Hey, welcome to the Temp Shop. Temp, pay for college. College, Temp, pursue higher education. Ja, wie ihr Gesicht da zurückbleibt. Und diese Kurven schon hin und her tanzen den Fünfen. Ja, über ihrem Kaffee. Temp, back from college. Ja, sie hat eine Mütze auf. Temp, learn many things. Learn to sell new item. Yay. Oi, welcome to the Temp Shop. Ja. Wir können jetzt kaufen die Armour. Makes battles too easy. Buy for... 990... 990... 990... Yay. You don't have the mods. No. Oi, talk. Oi. I'm Temi. Temp Armour so good. Any battle become an easy victory. But, hmm. Temp think if you use Armour, battles wouldn't be a challenge anymore. But Temp have a solution. Temp will offer a... Scholarships. If you lose a lot of battles, Temp will lower the price. So, if you get to... Get tough battle and feel frustrated, can buy Temp Armour as last resort. But Temp Armour so good. Promise to only buy if he really needs it. Oi, I'm Temi. Yay. Temp got degree in Temp's studies. Temp can tell you all about Temp's deep history. Yeah, was is deep history? Yay. Go to Temp's shop here. Oi, welcome to the trend shop. Boi. Rub it up. Doob it up. Doob it up. Doob it up. Boob it up. Doob it up. Doob it up. Give me the bus. Oops. It's. It's. So, das heißt, zurück zu Alphys Labor. Tra-la-la. Careful, right. Right to the boat. Yes. Where we will go today. Hot land. Then we are off. Tra-la-la. Dancing on the boat is danger. But good exercise. Good exercise. Come and get some time. Tra-la-la. See a such a strange number two in a place like this. You're fit with determination.